Herzlich Willkommen hier bei Let's Play Minecraft Survival mit mir mit Big Mana und diesmal ist auch Ingo Viva dabei. Hallöchen. Na, alles klar bei euch? Ja klar. Genau. So, es ist Nacht. Wir bräuchten auf jeden Fall für dich ein Bett, dass wir die Nacht überstehen. Dafür bräuchten wir zwar Wolle, aber das besitze ich nicht. Ich besitze keine einzige Wolle, glaube ich, mehr. Aber wir gehen mal ein bisschen auf Ziegen hier. Aber es wird schon wieder hell, glaube ich. Es wird wieder hell, dann können wir nämlich gehen. So, warte mal, hast du Werkzeug? Hier ist eine Spitzhacke. Warte, ich nehme mal eben. Ich nehme mal eine Eisenachst. Oh nein, ich nehme mal Holzachst. Eine Steinspitze nehme ich mit. Eine Steinaxt. Und... Ja, das war's eigentlich, ne? Gut, dann hast du jedenfalls ein Schwert. Alles hast du, dann bist du ausgerüstet. Wir können auf jeden Fall... Essen hast du mit? Ich hab... Warte mal. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich muss mal irgendwas machen. Ich muss mal eben hier kurven. Genau. Achso, ich kann ja mal ein bisschen kurz erzählen. Und zwar... Nicht, dass ihr jetzt glaubt, oh cool, ey, die beiden machen jetzt Let's Play for Minecraft zusammen, also together. Das ist jetzt wirklich nur so, ich wollte einfach mal ein bisschen gucken hier, die... Ja, wie sagt man, die Welt von ihm ein bisschen anschauen. Weil ich mach ja im Moment, ähm... So. Er reicht schon. Acht Brote, neun. Er reicht. Er wollte halt ein bisschen seine Welt mal ein bisschen anschauen. Und es ist halt wirklich nur so, ja, wir machen jetzt mal eine Aufnahme, eine etwas längere. Und das... Die Parts, die dann, die wir jetzt machen, also die Zeit, die wir aufnehmen, das wird auch dann die Zeit, die dann auch wirklich nur gezeigt wird. Also, ich zeig dir jetzt mal hier alles. Das ist mein Haus. Okay. Hier ist eine Höhle runter, da bin ich schon tausendmal gestorben. Also, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt, da ist mein Feld, da müssen wir am besten Kühe züchten und sowas halt. Aber das brauchen wir jetzt beide, glaub ich, nicht zusammen machen. Oh, ich muss mal hier dazu machen. Jetzt kommen die noch hier durch. Äh, ich hab gesehen, da hinten ist ein Creeper, ne, also... Der ist mir jetzt egal. Dann komm mal mit, ich zeig dir erstmal alles. Genau. Dass du so ein bisschen... Ach, bist du auch weiter? Ah, Felder, ja, cool. Ja, aber das ist ja nicht mein richtiges Feld. Da hinten baue ich ja im Moment die richtigen Felder hin. Okay. Äh, da geht's zu einer Mine hin. Den Schacht muss ich ein bisschen besser machen, dass da so ein Eingang ist. Okay. Ein bisschen kannst du dir, glaub ich, vorstellen, was das ist, ne? Eine Mine, ja. Äh, hier, Brücke. Was ist eigentlich das Ding da, das Holzding da? Was? Das Holzding da, wie so eine Treppe sieht das aus. Äh, das sollte so... Ja, das sollte der Mineneingang sein. Ach so. Nur den mach ich irgendwann wieder weg, weil der sieht scheiße aus. Ach so, okay. Dann folgen wir mal unauffällig. Ja, ja, ich... Ich follow you. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt mal dahin, wo ich, äh, eine große Baustelle habe, die ich jetzt im Moment grad nicht weitermache, weil, äh, mir dafür Stein fehlt. Also, schön Stein sammeln, ne, wenn du hier arbeitest. Gut, ich hab Spitzsack ja dabei. Zwar nur eine Steine. Ach so, wenn's um Baum, äh, bauen geht, dann musst du mir auch sagen, ich kann das nicht mehr. Ja, ja, klar, das ist kein Problem. So, hier ist mein Dörfchen. Also, das hab ich nicht gebaut, aber hier ist ein Dorf. Ach, wieder von so Bekloppten, genau. Bist du noch hinter mir? Ja. Ja, ich... So. Ich muss mich ja dran gewöhnen, schnellst, ich flieg normalerweise, ja. Alle, die kreativ, äh, immer sich anschauen, jeden Sonntag. Ist ja kein Problem, wenn, wenn was ist. So, hier wird eine Großbaustelle entstehen. Das wird ein Hafen. Und da siehst du schon, hier ist eine Kiste. Mit ein paar Sachen drin, aber das sind keine wichtigen Sachen. Okay, warte mal. Ah, ich hab's sogar, ich kann was da reintun. Zack. Okay, ich komm mal. Ich folge dir. Ah, hast du schon was zu schlafen gebaut, oder wat? Ne, das ist ja nichts im Schlafen hier. Wow, fuck. Ah doch, wir haben doch ein zweites Bett. Das ist gut, das können wir nachher mal irgendwo hin tun. So, das wird jetzt hier so ein Eingang zum Hafen. Zum Beispiel hier kommt man zum anderen Teil des Hafens. Weil ich fand ja die Einbuchtung hier so cool, diese, ne, so ne. Ach, hier, zwei Hafen willst du machen? Ja klar, einmal da und dann, äh, hier rechts halt, wo wir grad standen. Hm. Ähm. Okay. Und dann natürlich hier der Ausgang zum Hafen. Also hoch, die Treppe, ganz hoch. Ah, okay. Ne, und das hab ich so bis jetzt, äh, hier für die Großbaustelle gemacht. Okay. Das kann aber noch sehr lange dauern. Ja. Äh, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Haus. Erstmal hole ich ein Bett für dich. Ich hab hier doch ein Bett noch. Wenn du Kühe töten willst, töte Kühe. Weil das Fleisch brauchen wir ja auch immer. Och, hier sind ja ganz viele. Ja klar, deshalb. Dann hol, weißt du was, dann hol du mal das Ding. Das Bett. Und ich töte mal ein paar Kühe. Ne, die alle weg. Am besten, ey, komplett. Machen wir uns Hamburger Fleisch raus. Weil das ist nämlich nur... Ja, ja. Weil solange mein Feld noch nicht gut bewachsen ist, ähm, muss ich mich, ne, darauf beschränken. Ne, ist doch okay. Okay. Du darfst dir natürlich Ressourcen mit meiner Erlaubnis nehmen, ne, aber halt Diamanten, wenn ich Diamanten oder so habe, nicht nehmen einfach. Achso, das meinst du? Ja, ja. Ach, ich schau mal erst mal. Ich baue erst mal. Ich bin heute dein Handlanger sozusagen. Ja. So, ich habe dein Bett jetzt auch. Genau. Kühe sind gleich auch alle hier zurichte gemacht. Ja, nicht alle. Okay, lasse ich die paar hier drei übrig. Die anderen habe ich alle weg. Gut, dann gehen wir jetzt zum Haus. Wieder zurück. Zu welchem? Zu meinem Haus. Ich muss langsamer laufen. Jetzt verirre ich mich hier. Warte, welches Haus denn? Oh. Meinst du, das ist das, wo wir vorhin waren? Ja, klar. Ah, okay. Erst mit dem Schnelllaufen, dann muss ich noch ein bisschen hinbekommen wieder. Wir haben schon lange Zeit kein Adventure mehr aufgenommen, sozusagen. Und darum, dass es mit dem Schnelllaufen hat, ist immer so eine Sache, weil ich halt fliegen gewohnt bin. Ich muss aber gleich nochmal Aufnahmen ausmachen und dann mein Minecraft nochmal neu starten. Warum? Weil ich brauche den Spiele-Sound und den habe ich im Moment nicht. Achso, dann ist es halt so langweilig, ne? Ja. Auch wenn zwei Leute reden. Trotzdem. Du brauchst trotzdem, weil ich muss ja was hören hier. Ohne Spaß, ich muss mal echt gucken bei meiner Aufnahme, dass ich den Spiele-Sound nicht doch ein bisschen leiser noch mache, ey. Nur ein bisschen laut. So, in welcher Truhe muss ich gleich alles reintun? Weil ich habe jetzt neun Fälle. Kannst du in irgendeine erstmal reintun. Oder du tust das Essen schon mal im Ofen hier. Ich habe zwei Öfen, das Fleisch. Ich mache mal eine Aufnahmepause, ja? Ja. So, da bin ich wieder. Oder wie er gesagt. Jetzt müssen sich erstmal meine Frames daran ein bisschen gewöhnen. Ich habe jetzt schon mal das Fleisch hier reingetan. Das brät jetzt gerade. Wurzel vor sich hin. Steaks. Vier Stück sind schon fertig. 14 Stück folgen noch. Gut, dann würde ich sagen, das brutzelt ja weiter. Brot habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann würde ich sagen, äh... Es gibt mir irgendeine Aufgabe. Baumfällen, keine Ahnung was. Ähm... Was ich machen kann. Du könntest vielleicht schon mal, äh... Neue Ressourcen wie Stein und so in der Höhle sammeln. So, wo soll ich hier in die Höhle? Äh... Geh am besten, ne, da draußen. In die Mine. Warte mal. Warte mal, dann hole ich mir kurz noch eine Spitzhacke. Ne... Nimm die Eisen einfach. Nimm einfach Eisenspitzhacke da. Hä, wo ist die denn? Ach da. Nimm die einfach. Ich baue mal dein Bett in meine Kammer rein. Wo draußen jetzt? Einfach irgendwo? Da, wo das komische Dach ist. Ach da. Okay. Einfach da reingehen und dann, ähm... Da Stein und wenn du Eisen sammelst, natürlich alles zu finden. Okay, warte, ich muss das erstmal wieder finden. Ah, gar nicht so einfach. Gut. Ne? Jut, jut, jut. Dann gehe ich mal da rein und... Mal gucken, wo ich weiterbauen soll. Ach, scheiße, ich habe jetzt keine Fackeln mitgenommen. Ah, ist egal. So, mal gucken, wo ich jetzt weiterbauen soll. Du bist ja schon ziemlich weit unten. Ja, einfach versuchen schon mal auch Stein abzutragen, so viel wie geht, ne? Okay. Nein, natürlich. So. Was machst du in der Zeit? Ich muss im Moment hier nach mein Feld und alles gucken. Ach so. Dass nicht da irgendwas... Ich helfe dir auf jeden Fall gleich. Wie viel soll ich sammeln? Zuhause ein Stück, oder? So viel wie geht, erstmal. Gut, bis alles kaputt ist, meine Hacken. Musik hast du an? Ich habe Musik an. Ach, schön, dass ich die nicht höre. Na, ist egal, ey. Gut. Wenn ich jetzt noch meine anmachen würde, ey, ich glaube, dann wäre ein bisschen kacke, ey. Tut mal wieder gut, ey. Mal Minecraft mal auf dem alten Stil zu spielen, auch wenn es irgendwie eigentlich ja nicht so toll ist. Weil ich ja eigentlich so mehr der Kreativ-Typ bin. Aber... Ist okay. Musst du dich dran gewöhnen? Ähm... Natürlich. Erstmal schön meine Höhlenmusik. Ah, das gruselige Zeug da, oder was? Ja. Wir brauchen halt viel Stein und so. Ich habe jetzt auch keine Fackeln, das ist das Problem. Ich gehe gleich nochmal hoch. Wofür brauchst du einen Stein? Was? Wofür brauchst du einen Stein? Für den Hafen. Ach so, willst du aus Stein bauen, alles? Ja, klar. Nicht aus Holz. Ach, da bist du ja. Ich gehe gleich nochmal hoch und mache Fackeln für uns. Genau. Schwert und Essen hast du ja. Ja, ich gehe mal im Tuch und... Ah ne, Kies hole ich nicht. So, warte mal, wo geht's denn nochmal hoch? Da. Oha. Das Gute, dass bei Minecraft keine Physik so richtig herrscht, ey. Anders könntest du das hier gar nicht machen, ey. Ne. So, ich komme ja hier aus. Oh mein Gott. So, warte mal, dann... Man hört, glaube ich, auch wirklich den Unterschied, wenn man zu zweit was abbaut. Oder halt zu zweit irgendwas macht beim Minecraft, ey. Klar, das ist... Das geht übelst schnell, ey. Ach, scheiße. Schon die erste kaputt. Jetzt kommt noch die Eisen. Zack. Doppelt so schnell. Zack. Ja, warte. Zack. 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 Brauchst du noch irgendein Werkzeug oder so? Bring noch mal eine Spitzhacke mit. Steine oder sowas. Oder zwei Steine. Zwei Steine Spitzhacken. Jetzt Diamant, die mache ich jetzt gerade. Oh, scheiße. Diamant hast du doch gar nicht. Ach, Diamant sei schon. Eisen, meine ich. Dann habe ich eine. Aber bring einfach Stein mit. Tut's auch gut, ey. Ähm. Nee. Was? Nee. Ich bring dir keinen Stein mit. Ich bring dir Eisen mit. Kann man besser mit erbauen. Das stimmt. Hast du denn genug Eisen? Ja, ich habe viel. Also nicht viel, aber es reicht. Okay. Man kann es so annehmen. Boah, aber meinst du, wo ich das früher auch gespielt habe im Survival, ey? Habe ich viel abgebaut, ey? Baut. Weil ich ja nicht so in mir craft, nicht so der Typ bin eigentlich. Ich vergesse es immer so schnell wieder. Oh, scheiße. Boah, geht das hier dunkel? Alter, ist das tief. Ja, ich komme jetzt. Dann mache ich mal kurz den Block wieder hinsetzen. Das ist mal bloß nicht auf die Tafel. Ich habe Fackeln und ich habe, ähm, Zeug. Ne? Okay. Dann sind wir, wo bist du denn? Na, da. Ich bin da, wo du vorhin warst. So, warte. Ähm. Eins. Zwei. Okay. Und? Ein paar Fackeln, genau. Das sehe ich, wenn ich irgendwo bin. Hier. Sehr schön. Okay. Warte mal, dann tue ich schon mal die Steine. Da 64, da 64, da 64. Äh, das geht dann da weiter. Fackel tue ich da hin. Brot. Soll ich gleich mal was essen eigentlich? Ja, da musst du auch drauf aufpassen. Axt brauche ich im Moment nicht. Gut. Was ist da denn? Ja, da geht es dunkel runter, genau. Ja, mach ich mal hier eine Treppe hinbauen. Also so, ähm, nach unten. Ja. Ich würde sagen, zack mal, aber hier. Ist doch schön mal mit jemandem. Dann habe ich wenigstens auch Stein. Und so. Ne? Ja, natürlich. Oh Gott. Finde ich super. Was命wa? Ja. Ja. Ja.